Hallo zusammen, ich zeige euch heute noch einmal für die Anfänger-Power-Kids, welche Challenges heute am 20.04. Montag zu erledigen gibt. Und zwar sind das die Rückwärtstritte, die wir geübt haben. Ich zeige euch das nochmal und ich möchte, dass wir fünf Stück machen und wir wechseln immer die Seiten ab. Hände in die Deckung, über die Schulter schauen, mit der Seite, mit der wir auch treten. Knie hoch, nach hinten, zurück und runter. Schön die Luft raus, das war eins. Andere Seite, zwei. Wechseln, drei, vier, fünf. Wir wünschen euch viel Spaß und freuen uns auf eure Videos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.